Freunde, ich kann nicht fassen, was ich da gerade gelesen habe. Der Ex-Sportdirektor der Schalker soll eine Rolle in den Planungen von RB Leipzig spielen. Und zwar soll er ein möglicher Kandidat zur Verstärkung des Kompetenzbereichs der Abteilung Sport rund um Max Eberl werden. Also wenn da wirklich was dran sein sollte, ist das natürlich ein absoluter Tiefschlag. Erst verlässt er völlig überraschend den FC Schalke 04 und nur kurz darauf gibt es erste Gerüchte um ein Leipzig Engagement. Ich meine, das grenzt mittlerweile an Realsatire. Naja, für dieses Gerücht spricht auf jeden Fall die Tatsache, dass Leipzig bereits in der Vergangenheit an Schröder Interesse gehabt haben soll und dass er eine gute Freundschaft zu Max Eberl pflegt. Damals war es zwar so, dass Eberl eher alleine arbeiten wollte und deswegen hatte er sich als Sportdirektor der Borussia damals gegen eine Zusammenarbeit mit Schröder entschieden. Aber mittlerweile beurteilt Eberl seine eigene Entscheidung als Fehler. Unter anderem hatte er der Borussia damals sogar Schröder als eigenen Nachfolger empfohlen. Da er jetzt den Plan verfolgt, ein Team um sich herum aufzubauen, scheint eine Annäherung der Leipziger tatsächlich nicht unwahrscheinlich zu sein. Den Schalke-Anhängern wiederum dürfte diese Nachricht zwar überhaupt nicht gefallen, aber immerhin hat der Verein dadurch die Möglichkeit, wenigstens eine Ablöse zu generieren. Aber ganz ehrlich, Real Talk an der Stelle, das ist doch alles nicht mehr schön. Die Tradition bröckelt immer mehr und mehr und das soll das sein, was wir dafür bekommen? Da kann man echt nur hoffen, dass dieses Gerücht entweder eine Ente ist oder die Ablöse wenigstens hoch genug, damit Schalke irgendetwas Sinnvolles damit anfangen kann. Naja, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Wir bleiben hier definitiv auf den Laufenden und bis wir Klarheit zu diesem Gerücht haben, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, denn die würde mich echt mal interessieren. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, macht das Beste aus dem Rest des Abends. In dem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Macht's besser und bleibt am Ball.